Na hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchiller und schau euch wieder für euch in Dragonflight Now X. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3 Base Pieces. Und zwar sind wir mal wieder bei unserem Lieblingsgoblin hier in Naxxramas. Und diesmal möchte ich für mein T3 Set den Gürtelmeer gambeln. Heißt, wir werden uns bei ihm einmal das Gürtel-Token kaufen. Und zwar hier verbeulter Räubergürtel. Insgesamt holen wir uns da, naja, nicht 400, so viele Marken haben wir dann auch wieder nicht. 40 Stück kostet nämlich 120 Marken. Hier ist das relativ praktisch mit TSM, da können wir uns gleich mehrere auf einmal kaufen. Auch von Sachen, die nicht stecken. Und ja, es dauert zwar ein Ticken, bis ihr das ganze Inventar voll macht, aber dann können wir sie dementsprechend gleich alle umwandeln. Diese 120 Tokens, die ich mir da zusammen kaufe, sind dann insgesamt 8 Runs, 8 mal 15. Ja, also auch schon ein bisschen was in Arbeit, das ich da reingesteckt habe. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir da einen richtigen Gürtel raus haben. Es können hier alle möglichen Gürtel drin sein. Und zwar aus allen möglichen, äh, aus allen möglichen, ähm, ja, BOE-Drops in komplett Classic. Heißt World-Drops, irgendwelche Dungeon-Drops und so. Ab und an sind da Sachen auch drin, die was wert sind. Hier haben wir zum Beispiel einen World-Drop. Viele sind halt leider auch nichts wert, ne. Also das kannst du dann vergessen. Mal gucken. Vorhin schon ein paar Aufgaben. Uh, schau mal an. Da haben wir nochmal einen 16.000. Lieber ist mir natürlich das T3-Teil, ne. Das ist dann nochmal ein Stückchen mehr wert. Beziehungsweise, äh, ich brauch's ja auch selber noch, ne. Ab und an kommen dann immer hier diese Materialien noch raus. Die brauchen wir dann später, um das Ganze noch abzugraden. Uh, schon mal 11k. Das können wir auch noch benutzen. Deswegen gibt's hier nicht immer einen Gürtel. Sondern jeden dritten, vierten Mal, ne. Gibt's halt hier so einen Token. Nehme ich natürlich auch gern. Habe ich, äh, safe schon mal 2000 Gold gespart. Wenn ich später mein Zeug upgraden will. Ah, das können wir mal 1000 irgendwas. Also meine Grenze ist so 1000 Gold. Pi mal Daumen, ne. Dass ich's dann sag, ha, alles andere kommt dann dementsprechend gleich zum Händler. Uh, was haben wir hier? Ach, okay, das ist aus geschmolzenen Kern, ne. Dass du denkst, oh, epic, ne. Das ist was wert, aber das ist absolut, absolut Crap. Mein geschmolzener Kern wird natürlich rauf und runter gefarmt fürs Tier-Set. Und ein paar Sachen gibt's halt, die nicht sehengebunden sind. Also die BOE-Items. Und die sind halt leider, leider gar nix wert. Da hatte ich schon ein bisschen die Hoffnungen, ne. Was haben wir da? Ne, auch nix wert. Jetzt geht's langsam zur Neige. Und bis jetzt sieht's eher nicht gut aus für mich. Oh, da haben wir noch ein bisschen Gold. Ihr seht schon, ähm, diese ganzen Sachen, also das T-Mock hab ich alle schon. Ich hab mir ja über die Jahre, äh, immer und immer wieder im Auktionshaus Sachen gescannt, geguckt, ne. Also alles, was nicht extremst selten ist, hab ich eigentlich. Ähm, das ist normalerweise mehr wert. Das könnte man vielleicht immer hart verkaufen. So, ein Gürtel haben wir noch. Schade. War leider nicht dabei. Aber naja, man kann nicht immer Glück haben. Die letzten Male hatte ich ja ein bisschen Glück. Könnt ihr gerne in die anderen Aufnahmen reinschauen. Und wenn ihr die schon gesehen habt, dann, ja, wartet auf die nächste. Es kommt bald auf jeden Fall noch eine Folge. Ein paar Marken hab ich nämlich. Die werd ich jetzt gleich raushauen. Wir nehmen hier einige Folgen am Stück auf. Und, ja, ich bin zuversichtlich, dass das noch was wird mit meinem Gürtel. Drückt mir für die nächste schon mal die Daumen. Und dann sehen wir uns da gern wieder. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.